Hallo und herzlich willkommen bei Testen mit Kopf. Dieses Mal testen wir den Seko M1S und so viel können wir vorweg schon verraten. Mit diesem Sorgwischroboter spielt nur noch Seko in der obersten Liga mit. Wir starten wie immer mit dem Lieferumfang. Im Paket finden wir eine Bedienungsanleitung, ein Ersatzwischtuch, eine Ersatzseitenbürste, ein Reinigungswerkzeug, die Station mit Netzteil und den einsatzbereiten Roboter. Weiter geht's mit den technischen Daten. Wir werfen nun einen Blick auf die wichtigsten Eckdaten. Der Preis liegt bei rund 700 Euro, die Laufzeit bei 3 Stunden und 15 Minuten, die Ladezeit bei 5 Stunden und 35 Minuten. Die Akkuleistung beträgt 5200 mAh, die Sorgkraft 3200 Pa. Der Staubbehälter fast 450 ml, die beiden Wasserbehälter in der Station je 4 Liter. Die Maße betragen 35,5 x 9,5 cm und das Gewicht des Roboter liegt bei 4,65 kg. An seiner Vorderseite hat der Roboter einen Stoßdämpfer sowie einen Sensor für die Hinderniserkennung. An der Rückseite sehen wir die beiden Ladekontakte. An der Oberseite sehen wir außerdem zwei Knöpfe. Mit dem oberen kann der Roboter zur Ladestation zurückgesendet werden. Er fährt dann vorwärts ein, dreht sich in der Station aber um, um mit seinen Ladekontakten anzudocken. Per Knopf darunter wird der Roboter gestartet oder gestoppt. Natürlich stehen diese Befehle aber auch in der zugehörigen App zur Verfügung. Im Bumperturm an der Oberseite sitzt der LIDA-Sensor. Der Roboter hat nämlich eine Laser-Navigation. Nachdem die obere Abdeckung geöffnet wurde, lässt sich der Staubbehälter entnehmen. Ebenso wie der darin eingesetzte Filter. Da der Seko M1S eine Waschstation, aber keine Absaugstation bietet, muss der Staubbehälter hier händisch entleert werden. Dabei sollte auch immer kurz der Filter ausgeklopft werden. Auch die Rückseite des Roboters möchten wir euch kurz zeigen. Hier ist zu sehen, wie das Wischtuch abgenommen und wieder aufgeschoben werden kann. Wir sehen hier außerdem die beiden Räder, die vordere Laufrolle, die Begrenzungssensoren und die Seitenbürste. Ebenso wie natürlich die Hauptbodenbürste. Damit die Bürste entnommen werden kann, muss erst die Abdeckung entfernt werden. In der Seko Home App lässt sich einfach bestimmen, ob der Roboter nur saugen, nur wischen oder kombiniert saugen und wischen soll. Außerdem kann hier zwischen vier verschiedenen intensiven Saugstufen gewählt werden. Durchschnittlich kommt der Roboter beim Saugen auf eine Lautstärke von rund 62 Dezibel. Im stärksten Modus kann die Lautstärke aber schon mal auf 65 Dezibel ansteigen. Der Seko M1S ermöglicht auch die Erstellung von Reinigungsplänen. Dabei können nicht nur die Wochentage und die Uhrzeit vorgegeben werden, es können auch für jeden Raum individuelle Reinigungseinstellungen vorgenommen werden. Das ist echt praktisch, denn so muss man den Roboter nicht mal mehr selbst starten. In der Waschstation, die gleichzeitig auch die Ladestation ist, befinden sich zwei 4 Liter große Behälter. Einer für das Frischwasser und der andere für das anfallende Schmutzwasser. Auf der Station gibt es außerdem eine Start- und Pause- sowie eine Home-Taste. Hier sehen wir die beiden Ladekontakte der Station, sowie das Spülgitter und das darunterliegende Schmutzwassersieb. Und für eine besonders effektive Säuberung wird der Roboter in der Station bewegt. Das Prinzip ist folgendes. Wischt der Seko M1S, kehrt er alle 10 Quadratmeter zu seiner Station zurück, um dort seinen Wischmob waschen zu lassen. Das Wasser in der Station wird elektrochemisch desinfiziert. Seko verspricht hier eine Sterilisationsrate von 99,99%. Das anfallende Schmutzwasser wird in den Schmutzwassertank gepumpt. Hat der Seko M1S seine Reinigungsaufgabe abgeschlossen, wird sein Wischmob in der Station übrigens nicht nur gewaschen, sondern anschließend auch getrocknet. Da der Wischmob alle 10 Quadratmeter in der Station befeuchtet wird, hat Seko hier übrigens auf einen eigenen Wassertank im Gerät verzichtet. Nun muss der M1S beweisen, ob seine Navigation und Hinderniserkennung den Versprechen des Herstellers standhalten können. Um die Fahrweise des Roboter zu veranschaulichen, haben wir Sägespäne in einem 10 Quadratmeter großen Raum verteilt. Aufgrund der intensiven Verschmutzung haben wir hier nicht nur die maximale Sorgkraft, sondern auch eine doppelte Reinigung aktiviert. Von Beginn an ist dabei gut zu erkennen, dass der Seko M1S auf jeden Fall sehr geplant unterwegs ist. Seine Navigation basiert auf der LIDAR-Technologie. Dabei misst er die Umgebung mit Laserstrahlen aus und erstellt eine präzise Karte. Durch den sogenannten Slam-Algorithmus kann der Roboter seine Position in der Karte bestimmen und seine Reinigungsroute optimal planen. Schon während dem ersten Sorgdurchgang konnte der M1S den Großteil der Sägespäne entfernen. Das gefällt uns sehr gut und nun nimmt er noch den eingestellten zweiten Durchgang auf. Leider sind wir hier auf ein Problem gestoßen, das sich im Laufe unserer Tests noch mehrmals wiederholt hat. Der M1S fährt sich sehr gerne unter Stühlen fest. Natürlich ist das aber sehr stark von der Art der Stühle abhängig. Hier hat es aber wirklich sechs Minuten gedauert, bis der Roboter den Weg hervorgefunden hat und seine Reinigung fortsetzen konnte. Unter dem zweiten Stuhl am Tisch ist er dafür nicht gefahren, dort sind deswegen auch ein paar mehr Sägespänen liegen geblieben. Nach den rund 25 Minuten, die der Seko hier gearbeitet hat, finden wir aber ein relativ gutes Ergebnis vor. Die Navigationsleistung des Roboters ist aufgrund der Problematik mit den Stühlen zwar nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen arbeitet der Seko M1S definitiv sehr systematisch, geplant und effizient. Aufgrund der Kartenerstellung des Roboters gibt es auch virtuelle Sperrzonen. Hier sehen wir gerade, wie eine virtuelle Wand eingezeichnet wird und danach folgen noch eine Sperrzone und eine wischfreie Zone. Die virtuelle Wand haben wir hier in einer Türöffnung platziert und obwohl die Tür offen steht, kann der Roboter den Durchgang so nicht passieren. Um die Sperrzone zu demonstrieren, haben wir wieder Sägespäne verteilt. Wir lassen den Seko M1S9 arbeiten und sehen, dass er wirklich nur den Bereich rundherum säubert, die Zone aber unberührt bleibt. Die wischfreie Zone ist für den Roboter nur beim Wischen gültig und wird beim alleinigen Sorgen einfach ignoriert. Beim Wischen hält er sich aber sehr gut daran, hier sehen wir nur rundherum wird gewischt, die Zone selbst bleibt trocken. Für den Umgang mit Teppichen gibt es in der App verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Je nach Einstellung spart der Roboter Teppiche beim Wischen automatisch aus oder er hebt seinen Wischmob um 8 mm an, sodass zumindest kurzflorige Teppiche trocken bleiben. Das funktioniert wirklich sehr gut. Hier können wir das Anheben des Wischmobs nochmal in einer Nahaufnahme sehen und natürlich fährt der Roboter sein Wischtuch auch beim Verlassen des Teppiches wieder automatisch nach unten und wischt weiter. Außerdem ist das Gerät in der Lage, seine Sorgeleistung beim Offfahren auf einen Teppich selbstständig auf das Maximum zu erhöhen. Um die Hinderniserkennung zu testen, haben wir einen kleinen Parcours aufgebaut. Und hier stellen wir ziemlich schnell fest, dass die Hinderniserkennungstechnologie der SECO M1S zwar noch nicht perfekt ist, aber dass das Gerät dadurch wesentlich vorsichtiger mit Objekten auf dem Boden umgeht als Geräte ohne eine derartige Technologie. Zusammenfassend würden wir die Hinderniserkennung des Roboters also definitiv als Bonus und als Schritt in die richtige Richtung einstufen, auch wenn wir hier noch keine ganz perfekte Leistung sehen konnten. Alle Objekte, die sich im Roboter verheddern könnten, wie zum Beispiel ein Ladekabel, sollten aber vom Boden entfernt werden, wenn das Gerät reinigt. Hier passiert jetzt nämlich das, was es zu vermeiden gilt. Das Ladekabel wird überfahren und verheddert sich im Roboter. So kann das Gerät natürlich nicht weiterarbeiten und ist auf menschliche Unterstützung angewiesen. Das Kabel hat sich richtig um die Hauptbürste geschlungen. Wir müssen diese also entnehmen, um das Kabel entfernen zu können. Manche besonders intelligente Sorgroboter schaffen es bereits, Horst-Hinterlassenschaften als solche zu erkennen und einen entsprechend großen Abstand zu halten. Das kann der SECO M1S leider noch nicht. Wie gut, dass unsere Testhäufchen aus Plastik sind. Die Höhenüberwindung ist dafür mit 2,5 cm echt spitze. Erst bei unserer 3 cm hohen Platte muss der SECO umkehren. Es gibt nichts Praktischeres, als wenn der Reinigungsroboter direkt auch unter Möbel wie Bett, Sofa oder Sideboard fahren kann. Damit er das schafft, benötigen die Möbel aber einen Mindestabstand zum Boden von 10 cm. Selbst wenn der Roboter zum Beispiel im Bereich eines Treppenabgangs eingesetzt wird, muss man sich übrigens keine Sorgen machen. Das Gerät erkennt Abgründe zuverlässig und kehrt rechtzeitig um. Nun wird's spannend, wir testen die Sorgleistung. Wir starten mit je 50 Gramm Kaffeebohnen, Leinsamen und Sand auf 2 Quadratmetern Hartbodenfläche. Tatsächlich zählt der SECO M1S mit einem Ergebnis von 98,47% hierzu den absoluten Spitzenreitern in unserer Vergleichsreihe. Mit rund 5 Minuten hat er hier aber auch vergleichsweise sehr lange gearbeitet. Aufgesorgt wurden 147,7 Gramm. Wir machen mit 50 Gramm Katzenstreu weiter und diese verteilen wir besonders gemein nur direkt um das Katzenklo herum. Gerade Ecken und Kanten sind für runde Sorgroboter ja nicht einfach zu reinigen und dafür konnte der SECO M1S wieder eine ziemlich gute Leistung an den Tag legen. Im Gegensatz zu einigen anderen Robotern hat der M1S wirklich auch nur sehr wenig Streu unter seinen Rädern oder der Bodenbürste auf dem Boden zerrieben. Und so reicht es für eine abschließende Gesamtleistung von 91,2%, was in diesem Test wirklich stark ist. In Gramm angegeben sprechen wir hier von 45,6 von 50 Gramm. Natürlich empfiehlt es sich bei einer derartigen Situation auch die Wischleistung mitzunutzen, denn so verschwinden direkt auch diese staubigen Spuren am Boden. Nun wird es haarig. Wir haben lange Menschen und kurze Tierhaare auf unserer Testfläche verteilt. Der SECO M1S meistert die Situation bravoureus, er nimmt die Haare sehr gut auf und wir können uns hier schon auf eine sehr gute Leistung einstellen. Wir finden es auch sehr gut, dass ein Gebläse nicht allzu stark bläst, sodass die Haare verweht werden. Das haben wir nämlich bei einigen anderen Robotern schon erlebt. Wichtig ist hier natürlich auch immer, wie viele Haare schlussendlich im Schmutzbehälter angekommen sind und wie viele sich um die Hauptbodenbürste gewickelt haben. Da der Roboter keine glatte, sondern eine Borstenbürste hat, ist der Reinigungsaufwand hier natürlich schon etwas größer als bei anderen Geräten. Rechts sehen wir, wie viele Haare im Staubbehälter angekommen sind und da ist erkennbar, dass sich doch sehr, sehr viele der langen Haare um die Bürste geschlungen und darin verheddert haben. Da die Endkappen der Bürste einfach abgenommen werden können, ist die Reinigung aber echt kein Problem. Wir wechseln den Untergrund und verteilen unser übliches Schmutzgemisch auf einem florlosen Sisal-Teppich. Aufgrund seiner tiefen Rillen ist dieser Teppich wirklich nicht leicht zu reinigen. Doch der Seko legt sich ins Zeug. Schlussendlich wird es aber doch nur für eine Leistung reichen, die sich irgendwo im Mittelfeld wiederfindet. Wir hatten hier sowohl schon Roboter, die deutlich besser, aber auch welche, die deutlich schlechter waren als der Seko M1S mit seinen 62,13%. Wir wiederholen den gleichen Test auf Kurzflor-Teppich. Immerhin möchten wir euch ein möglichst aussagekräftiges Testergebnis bieten können. Im Großen und Ganzen ist die Navigation des Seko wieder ziemlich systematisch. Teilweise scheint er aber auch etwas verwirrt zu sein und dreht dort Runden, wo er gerade Bahnen fahren sollte. Wir haben hier wieder 150 Gramm Schmutz verteilt. Davon kann der Seko 127,5 Gramm aufnehmen, was seiner Gesamtsaugleistung von 85% entspricht. Ein bisschen mehr hätten wir hier uns schon gewünscht, vor allem nach der starken Performance auf Hartboden, aber es kristallisiert sich langsam heraus, dass der Seko eher ein durchschnittlicher und nicht der beste Teppich-Saugroboter ist. Aber versteht uns nicht falsch, schlecht sind die Leistungen keinesfalls, wir haben hier eben nur schon bessere Geräte erlebt. Auch auf unserem Kurzflor-Teppich verteilen wir nochmal Haare und hier gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Für die Beseitigung von Haaren ist der Seko M1S also wirklich sehr gut geeignet, ganz egal auf welchem Untergrund. Er nimmt hier alles mit. Für Haushalte, in denen viele Haare auf dem Boden anfallen, können wir den Seko M1S also echt empfehlen. Aber hier muss man sich natürlich wieder darauf einstellen, dass die Bodenbürste mit den Borsten regelmäßig von langen Haaren bebreitet werden sollte. Hier sehen wir das Verhältnis der Verteilung auf Schmutzbehälter und Bürste. Zum Abschluss unserer Teppichtests verschmutzen wir auch noch eine hochflorige Variante. Von der Navigation des Roboters sind wir hier echt positiv überrascht. Denn auf Hochflor-Teppich haben etliche Geräte plötzlich Orientierungsprobleme und können nur mehr eine chaotische Navigation anwenden. Beim Seko M1S tritt dieses Phänomen glücklicherweise nicht auf. Mit einer Sorgleistung von 67,27% erreicht er hier keinen Spitzenwert, aber ein sehr passables Ergebnis. Insgesamt ist die Teppichleistung als absolut okay und für die meisten Haushalte als absolut zufriedenstellend einzustufen. Auf Hartboden ist das Gerät aber nochmal deutlich besser. Wir kommen zur Wischleistung. Der Seko M1S hat eine aktiv schrubbende Wischplatte und kann den Boden damit kräftig bearbeiten. Wie ihr außerdem bereits wisst, kehrt das Gerät alle 10 Quadratmeter zur Station zurück, um dort seinen Wischmob zu waschen. Und das macht einen echten Unterschied, denn so wird der Schmutz tatsächlich vom Boden entfernt. Andernfalls würde der Roboter bei einem gewissen Verschmutzungsgrad irgendwann nur noch einen schmutzigen Lappen hinter sich herziehen. Schade finden wir allerdings, dass der Feuchtigkeitsgrad hier nicht reguliert werden kann. Das liegt daran, dass das Gerät wie bereits erwähnt keinen eigenen Wassertank hat und sein Wischmob nur in der Station befeuchtet wird. Auch auf Holzböden sollte es hier keine Probleme geben, aber wir hätten es trotzdem nett gefunden, wenn wir es selbst über den Feuchtigkeitsgrad bestimmen hätten können. Neben dem normalen S-förmigen Wischschema mit geraden Bahnen gibt es auch noch die Y-Variante, die für noch mehr Gründlichkeit sorgt. Um den M1S herauszufordern, haben wir Kaffee- und Saftflecken verteilt und diese auch eintrocknen lassen. Diese Flecken sind ziemlich hartnäckig und alles andere als leicht zu entfernen. Wir können aber sehen, dass der Seko mit seinem schrubbenden Wischtuch hier ziemlich gute Resultate erzielt. Leider wendet das Gerät hier eine ziemlich chaotische Navigation an, was die Ergebnisse natürlich verschlechtert. Das ist aber nicht die Schuld des Roboters, sondern liegt daran, dass unser standardisiertes Testverfahren hier einfach nicht perfekt für das Gerät geeignet ist. Die Begrenzung durch den Rahmen, die dem Roboter einen Raum ohne Zugang zur Station vorgibt, verwirrt ihn und ist nicht optimal für dieses Gerät. Um die Vergleichbarkeit aufrecht zu erhalten, wollten wir hier aber auch nicht von unserem üblichen Testverfahren abweichen. Die Wischleistung selbst ist aber auf jeden Fall sehr gut. Das Schrubben der Wischtuch zeigt Erfolg, die Flecken lösen sich, so soll das sein. Das Wischtuch war im Anschluss auch ziemlich verschmutzt, ist nach nur einer Selbstreinigung aber makellos sauber geworden. Abschließend soll der Wischroboter noch getrocknete Schuhabdrücke von Hartboden entfernen. Dieses Mal haben wir die Station im Rahmen platziert, damit das Gerät nicht wieder so verwirrt ist und der Seko hat losgelegt. Dieser Untergrund ist ziemlich speziell und verträgt für optimale Ergebnisse eine relativ hohe Feuchtigkeit. Hier wird es dem Seko als zum Nachteil, dass man die Feuchtigkeitsstufe bei ihm nicht einstellen kann. Außerdem lässt der Roboter, wie wir hier sehen, auch einen sehr großen Abstand zum Rand. Wir kommen hier auf ca. 8 cm und das ist schon etwas mehr als bei vielen anderen Robotern. Wir sind am Ende angelangt und präsentieren euch unser abschließendes Fazit. Mit 700 Euro ist der Seko M1S kein Schnäppchen. Für einen Roboter mit derartiger Technologie und automatischer Mobwaschstation aber vergleichsweise günstig. Er verfügt über eine fortschrittliche Navigation und Hinderniserkennung mit kleineren Schwächen. In der App stehen sehr viele Funktionen, wie z.B. Reinigungspläne oder auch Sperrzonen zur Verfügung. Vor allem auf Hartboden ist die Sorgleistung des Seko M1S hervorragend, aber auch Teppiche werden solide gesorgt. Beim Wischen überzeugt der Roboter mit seiner aktiv schrubbenden Wischplatte, vor allem aber durch seine automatische Mobwaschstation. Der aufgenommene Schmutz wird darin zwischendurch immer wieder aus dem Wischtuch gespült. Außerdem erfolgt auch eine elektrochemische Reinigung des Wischwassers und die Station föhnt den Wischmob im Anschluss an eine abgeschlossene Reinigung trocken, um unangenehme Gerüche und Bakterienbildung zu vermeiden. Der Seko M1S hat also echt viel zu bieten und ist ein starker Sorgwischroboter. Klar, z.B. einem Roborock S7 Pro Ultra kann dieses Gerät nicht das Wasser reichen. Aber der Roborock kostet eben auch nochmal deutlich über 1000 Euro, also hier gibt es schon einen gewaltigen Preisunterschied. Und für seinen Preis von rund 700 Euro zusammen mit der automatischen Mobwaschstation würden wir den Seko M1S auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr euch nun auch noch näher über Sorgwischroboter anderer Marken informieren wollt, laden wir euch gerne dazu ein, unser Vergleichsportal testenmitkopf.de zu besuchen. Dort findet ihr alle unsere ausführlichen Testberichte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Außerdem haben wir euch hier auch noch weitere Vergleichsvideos verlinkt, und zwar jene vom Roborock Vergleich und vom Reutme Eve Plus Test. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.